Hallo zusammen, ich bin David Graf und wir sind hier auf dem BMX Pump Track von Swisscycling. Ich bin Simon Marquardt und wir bereiten uns jetzt hier für die ersten zwei Wagen vor. Wenn ihr wir von dieser Reaction sehen wollt, folgt Swisscycling auf allen sozialen Kanalen, Twitter, Facebook, Instagram und die Daumen nach oben. Tschau zusammen!